Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Kommt zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Wohin des Weges? Ziehen wir das durch? Bitte schön. Ah, da bist du ja! Nach Freaks wie dir haben wir gesucht. Oh mein Gott! Gehst du wirklich einfach weg? Willst du ärger, Kumpel? Was geht, Mann? Chill mal, Alter! Geschafft! Hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Chaos! Chaos! Komm, hier lang! Ah, da ist also ihre Geheimtür. Ha, sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hecke alles. Komm her, kleiner Kai. Hm. Perfekt! Du Scheiße, sieh dir das an! Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhn-Basis ein Dreck. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey, äh... Hey, Mysterion. Wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Äh, wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und, äh... Dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke! Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Oh Gott, wer ist es? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Äh, ja, ähm, naja, wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und, äh... Äh, naja, wir dachten einen Wechsel bei Coon & Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Coon & Friends aus und da ich Coon & Friends hasse, helfe ich ihm! Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihm nicht, Doc! Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest! Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Braucht keine Unterstützung! Schon gar nicht von dem Neuling! Sei nicht so, Tobi! Denk an das Motto der Freedom Pals! Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Sei gegrüßt, Coon-Fri-Äh, Freedom Pals! Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem er uns eingebrochen wurde. Zeig uns erstmal, was du kannst, Neuer! Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Alles läuft genau nach Plan. Natürlich machte Professor ein Selfie mit seinem neuen Verbündeten. Hätte Kunstprogramm doch nur einen Love Button! Asservatenkammer-Party, wenn der Selbstjustizlein sitzt! Das war's für heute! Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos von... Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem er bei uns eingebrochen wurde. Ich vertraue dir nicht, Wunderarsch, aber ich gebe dir eine Chance. Nicht so schnell. Zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Wohin des Weges? Bitte schön. Wohin des Weges? Hast du meine scheiß Katze geklaut? Hey, du bist doch das Furzkind aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Wurde aber auch Zeit. Ich brauche keine Motivation, Schätzchen. Also laber nicht so viel. Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Wuhu! Gut so, Wunderarsch. Ich such dich auf Coolstagram, wenn ich wieder Guthaben auf meinem Prepaid-Handy habe. Gut so, Wunderarsch. Was ich mit der Fall? Was ich mit der Fall? Was ist mit dem Spiel? Oh, das ist mit dem Spiel. Komm her, kleinen Männerkei. Und das hätten wir. Mwahaha, am Ziel vorbeizuschießen ist Chaos pur. Juhu! Ciao! Juhu! Wo ist diese verdammte Katze? Ja durch! Pff z, oNst! Z, oNst! Der Richtige für jeden Job Geiles Ding 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 Geiles Ding